Tocanelli Hallihallo meine Lieben Ich bin's Tocanelli und heute zeige ich euch in diesem Video über meine Familie A-Asthetik wie wir halt in den Urlaub fliegen Ok, also starten wir dann Und ich hoffe es gefällt euch Oh, es ist ja schon morgen Huch Ziehen wir uns um Heute fliegen wir nämlich nach einer also zu einer Insel Ich bin mir nicht mehr sicher wie die heißt So Schatz, wach auf War's schon morgen? Oh, jetzt schon aufstehen Ich geh mich mal umziehen So, perfekt Und mal hier meinen Töcher Komm Schatz, ich weck jetzt deine Geschwisterchen auf Oh, die schläft ja noch so süß Komm, steh auf Oh, la 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 Ist sie süß So, alles ist schon eingepackt Schon gestern So Schatz, ich steh bitte auf Was, schon morgen? Oh, ich freue mich aber so sehr Ja, also dann zieh ich mich mal um So, mein Gepäck Und, oh, ich muss ja mich noch ein bisschen schwinken Ich seh ein bisschen zu müde aus So, perfekt So, Leute Ich und meine Familie haben uns schon die Sachen gepackt Jetzt ich natürlich noch mein Portemonnaie Auf jeden Fall, wir freuen uns Und ja, wir fahren jetzt schon mal zum Flughafen Und mal schauen Dann sind wir erst mal mit der Familie im Flugzeug geflogen Die Kinder haben sich sehr, sehr gefreut So, wir sind angekommen in unserem schönen Ferienhotel Und, ja, gehen wir jetzt erst mal unsere Zimmer angucken Okay, hier haben wir Badezimmer Kinder, kommt ihr? So, genau Hier haben wir dann so Badezimmer Ja, ganz schön Hier daneben ist auch schon die Küche Hier ist das Elternzimmer Hier ist unser Zimmer So, cool Ja, wir packen uns gleich die Sachen aus, okay? So, es ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Warte, hier noch Licht Wie findest du es? Ja, Schatz, das ist doch perfekt, findest du nicht? Ja, Schatz, für diesen Urlaub reicht es bestimmt Okay, unsere Kleine La, la, la Okay, packen wir mal ihre Tasche aus So Bord und Nähe Und hier hin Kuscheltierchen Flaschen Und die Tasche stellen wir mal da in die Ecke So, Leute, jetzt zeige ich euch mal Unserem Ferienhaus Eigentlich ganz schön Ähm Ja, hier ist eine kleine Toilette Hier ist noch Tisch Für uns Und hier ist noch ein Pool Für die Kinder Die werden sich sehr freuen Und ja So, nach der Reise Hatten wir ja auch Hunger Und deshalb backe ich uns jetzt mal Essen Hm Hier natürlich nehmen wir mal Krebs Weil Ich finde das sehr lecker Genauso wie die Kinder Und ja Wir stellen mal das so jetzt da hin So, wartet mal Wir nehmen Krebs und Kartoffeln Ich zeige euch jetzt Unser Rezept Wir tun ihn in den Ofen rein Danke, dass du mal weggegangen bist, Tochter So, jetzt warten wir mal Tada Und Essen ist fertig So, einmal für dich Einmal für dich, mein Schatz Und für dich, mein Schatz Und das ist noch für mich Und für unser Baby Nehmen wir mal dieses Brei Ähm, das ist sehr gesund Und das schmeckt dir auch Also Unseren Kleinen schmeckt das sehr Okay Hier haben wir mal dann die Schüssel Ähm So Wasser Und ich glaube, das wird dir schmecken Hier, Kleine So Wir haben jetzt alle gegessen Und meine Familie Die sind jetzt mal draußen im Pool Ich manchmal jetzt Hier ganz schnell Unseren ganzen Besteck Okay Dann waschen wir mal hier erstmal So Das könnte jetzt eine Weile dauern Aber Ja Stellen wir es mal hier unten hin Ich glaube, das wäre perfekt Okay Und jetzt waschen wir noch Die Teller Und Ja Noch ein bisschen Und Sauber sind die Okay Stellen wir mal auch alle hier in diesen Schrank Und Ich weche jetzt mir mal Die Hände So Und gucken wir mal, was meine Familie so gerade Achso, die sind ja auch gerade im Pool Haha, ich schieße dich ab Nein, ich Hahaha Hier Hier bekommst du jetzt Hahaha Du fängst mich nicht Es wurde auch langsam Nacht Als die Kinder zu Ende mit dem Spielen waren So, meine ganze Familie liegt schon im Bett Und die schlafen ganz tief und fest Und ich sag mal Ich geh jetzt mal auch ins Bett Bis gleich Also wir haben alle geschlafen Und es wurde ja auch schon morgen Ach, was für ein herrlicher Tag Guten Morgen, ihr Lieben Also Ich zieh mich mal schnell um Und ich glaub, wir gehen mal jetzt in die Bäckerei So, hier drüben ist die Bäckerei Die sieht ganz, ganz schön aus Und ich glaub, wir bestellen jetzt mal was So, ich hätte gerne mal ein Glas Milch Ja klar, hier bekommen sie ihr Milch Warten sie mal kurz Ja, genau, hier Hätten sie noch was gerne? Ja, ich hätte noch mal diese Torte hier Weil die sieht ganz schön lecker aus Könnte ich sie bitte haben? Ja klar, hier, bitteschön Das macht dann bitte 5,99 Hier und Dankeschön, tschüss So Leute, das war Part 1 unserer Urlaubsgeschichte Und wenn ihr Part 2 wollt Dann bitte liked Und schreibt es mir in die Kommentare Und ich hoffe, es gefällt euch Auf Wiedersehen, ihr Lieben Bye, bye Das Ende